Yo, Leute, was geht? Mein Name ist Jan. Ich bin echt unnormal verwirrt, wie diese ganzen Szenen zustande gekommen sind. Warte mal ganz kurz, ich zeig euch mal, was passiert ist. Ich hatte eine beste Freundin gehabt. Ich weiß nicht, aber ich hasse sie über alles. Er hat keine Beweise, ich hatte Beweise. Du hast Beweise, was da dran gegangen ist? Genau, in dem Moment hat sie was mit sieben Typen, also läuft bei dir. Dann hat sich meine Mami eingemischt. Deine Mutter hat sich eingemischt? Eigentlich hatte ich vor, ein ganz entspanntes Video zu drehen. Eine ganz entspannte Umfrage. Vermisst du deinen Ex-Freund? Dass dann sowas rausgekommen ist, schon interessant. Schon geil, ich bin die jährlich. Ich liebe Drama. Ich bin hier auch übel zur Trash-TV-Junkie auf denen. Deswegen feiere ich Todes-Drama. Vorab möchte ich noch eine Sache auf jeden Fall loswerden. An den Ex-Freund und die Ex-Freundin von Sydney. Ich möchte euch auch einmal die Gelegenheit bieten, eure Sicht mir nahe zu bringen vor der Kamera. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei mir auf Instagram melden. An alle anderen, ich glaube, ihr habt gar keine Ahnung, was da rausgehauen wurde. Deswegen guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Damit es wieder nicht zu lange geht, fangen wir auch jetzt einfach direkt schon damit an. Los geht's. Was willst du mit der Flasche machen? Das ist Wasser. In TikTok, there's some creators, they put it in their... In their... Yes, in their... Was ist das? Bei dir rein. Für dich setz ich jetzt auf Flasche. Es tut mir leid. Bro, du sitzt ja richtig drauf. Ah, ich weiß nicht, was ist das? Hallo, stell dich mal vor, wie heißt du? Hi, ich bin Ricky, 19 Jahre alt. Ich heiße Gizde. Sydney. Leeroy. Na, was ist das? Bevor du weiterredest, Bruder, erstmal müssen wir uns das Geschäftliche klären, Bruder. Ja, mach sowas, Bruder. Bruder, ganz kurz hier. So, warte mal. Bruder, das ist sogar zu viel. Soll ich wechseln? Behalte, 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 boah, nein, das geht nicht. Ich bin jetzt gerade hier mit Airstrips, das sind die Besten auf dem Markt. Nein, Airstrips, Bruder. Achso, dann meine ich andere. Habt ihr einen Ex-Freund? Ja, oh, ja. Wie hoch ist die Zahl davon? Spaß. Wie viele Ex-Freunde habt ihr? Einen. Einen Ex-Freund. Und du? Vier. Bist du eine Talahina? Beziehung eine. Richtige Beziehung. Die anderen waren so blöv, ne? Also, es war lächerlich, ja. Lächerlich, okay. Habt ihr Liebeskummer? Jetzt wegen meinem Ex? Ja. Gar nicht mehr, der Hohenz. Wir gehen gleich darauf ein. Nein, hatte. Hatte, oh, wir gehen auch jetzt gleich darauf ein, aber erstmal gehen wir darauf ein. Was hat dein Ex-Freund falsch gemacht? Hattest du schon deinen Ex-Partner? Ja, zwei. Zwei Ex-Freunde. Ja. Was war der Grund für die Trennung? Ich würde sagen, hat einfach nicht so funktioniert. Bei beiden Mal? Ja, ja. Hast du nach der Beziehung deinen Ex-Freund vermisst? Ja, natürlich am Anfang, ist ja klar, ist ja selbstverständlich. Aber mit der Zeit, würde ich sagen, wird das immer weniger. Die Frage des Tages ist, was hat deine Ex-Freundin falsch gemacht? What did your... Das Ding ist, der Bruder ist aus England, deswegen, bitte verzeiht mir mein Englisch. What did your girlfriend do wrong? She was an a communicator. I'm a communicator. So she was an a communicator, that's the first thing and that's a red flag. If your girlfriend isn't communicating, that's a red flag. Bruder, ich verstehe die ganze Zeit nur Kommunikation. Meint der irgendwas mit der Kommunikation falsch? He's a little bit better in... Also, ist auch nicht schwer, besser als ich in Englisch zu sein, ne? You say she's bad in communication. Ja, she was bad. Sehr schlecht. Wie, erklär mal ein Beispiel. I text her, what do you do? And then she doesn't answer. Where are you? And then she doesn't answer. And then she answers three hours later. So that's a red flag. And that's was... Das war das Bruder, mein Englisch Katastrophe, Bruder. Das war der Grund für die Trennung? That was the thing you split? Yeah, yeah. That made us separate. Wie lange hattest du Liebeskummer nach deiner ersten Beziehung? Also, in dem Moment, als es vorbei war, er hat mich betrogen. Wie hast du das herausgefunden? Wow, warte mal, stopp. Das müssen wir als erstes wissen. Das interessiert mich gerade. Ey, Drama, Drama. Ich könnte die Face, äh, so Dings... Zensieren? Ja, okay, du bist ab jetzt zensiert. Oder auch davor noch? Na, ja, ist gut. Ja, okay, Gott sei Dank. Ich hätte gar keinen Bock, das wäre so viel Arbeit, ne? Wir waren in so einer gemeinsamen Gruppe. Und ich meinte schon von Anfang an, dass ich ihn hinzugefügt habe. Falls sich jemand edit, sagt mir Bescheid und so. Welche Gruppe? Eine Gruppe, wo ich ihn hinzugefügt habe. Das waren so von Freunden, so. Wo, auf WhatsApp, Snapchat? Ich will alles wissen. Snap, Snap. Okay, Snapchat. Waren da nur Frauen? Nein, da waren Jungs und Mädchen zusammen. Okay. Deswegen wollte ich ihn auch hinzugefügt. So, weißt du, bist du so doppelt umran und so bla bla bla. Oh, süß. Süß der Gedanke vom Ding her. Ja, und dann, ähm, habe ich ihn aus der Gruppe entfernt, weil ich hatte so ein Gefühl, dass er mit jemandem schreibt aus der Gruppe. Oh, sag nicht. Dein Gefühl war richtig. Auf einmal, mir schreibt ein Mädchen aus der Gruppe, warum hast du ihn entfernt? Meinte sie so, ja, wir wollten uns treffen, wir haben das gemacht und wir haben telefoniert und so. Was haben die gemacht? Ich weiß jetzt nicht genau, was sie gemacht haben. Ich weiß, dass sie Kontakt hatten. Er hat immer noch bestritten, meinte so, nein, wir hatten keinen Kontakt, bla bla bla. Aber sie meinte ja. Sie hat mir die Chats geschickt. Oh, shit. Einfach frischer Tata. Passiert dem Westen. Dumm, ne? Ey, warte mal ganz kurz. Ey, soll der Beste sein also, dass er erwischt wurde? Nein. Du bist die Beste. Ja. Weiß ich nicht. Was ist für dich so ein Tipp an die Jugend oder an Leute, die zum Beispiel ihren Ex-Partner vermissen, dass die die Personen dann schneller loslassen können? Ich würde auf jeden Fall sagen, immer auch an die schönen Zeiten denken, aber vor allem sich klar machen, weshalb es dann nicht mehr geklappt hat und weshalb man sich getrennt hat. Und es ist klar, dass man traurig ist, aber es wird mit der Zeit immer besser. Was steht da, was steht da, was steht da? Mystery-Tüte für 3 Euro. Verdammt, Jungs, alle 3? Alle 3 Euro. Zeig mal die Tüte erstmal. Ich will die Tüte erstmal sehen. Okay, vom Gewicht her. Oh, da, oh, ha. Haha, Jungs, ihr wollt mich zu oft nehmen. Ihr könnt 2 haben. 2 für 5? Ja. Jungs, 3 für 5. 3 für 5. Warte, wie einfach hab ich gerade gehandelt. 4 Nummer. Ich bin da, ist Kacke drin, Jungs. Ich sende das direkt zu Knossi. Öh, hat wirklich einer Scheiße geschickt. Achso, wow. Eine Sache haben wir noch? Ey, umlautig. Wenn wir das haben, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich davon benutze. Bis jetzt, okay. Boah, ich wurde gestampt, Digga. Ich schwöre, alles wird offiziell gescampt. Bei mir ist das Problem. Ja. Zu viel Tasch gezogen, ne? Nein, Gott, Bruder. Spaß, Spaß. An der Stelle, Nein zu Drogen. Nein zu Drogen. Drogen sind gar nicht gut. Bro, wir haben 2 Kunststofffederungen hier drin. Okay. Wir kleben dir dieses Pflaster drauf. Und es ist dafür, dass deine Nasenflüge auseinandergezogen werden. Es ist dann so, als würdest du so die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Ich bin dir ehrlich, ich bin sehr, sehr misstrauisch. Ich glaube dir sofort. Einmal würde er ein Taschentuch nehmen und nur oberflächlich sauber machen. Warte ganz kurz, ich muss mich kurz beherrschen. Okay, nicht geschafft. Wie hast du dich gefühlt, als du herausgefunden hast, dass er dir fremdgegangen ist, wenn man das Fremdgen nennen darf? Ich habe, sagen wir betrügen. Betrügen ist doll. Also ich würde das jetzt nicht betrügen... Fremdgehen ist für mich so, als würde jetzt mein Ex mit jemand anderem schlafen. Betrügen ist so, mit anderen schreiben und so. Okay, wie hast du dich gefühlt, als du das herausgefunden hast? Ich habe gelacht, ich fand es cringe. Ich fand es echt unangenehm. Sie sah nicht mal gut aus. Ey, falls du das siehst, tut mir leid, aber... Hattest du, nachdem ihr Schluss gemacht habt, ein bisschen so Herzschmerz und Liebeskummer? No, we have a saying that we use and we say we move. Whatever happens, we move. I didn't have a heartbreak. But if she's seeing this, then she'll be happy. She's like, ah, okay, I broke his heart. And then she'll be happy. So no, I didn't have a heartbreak. Warte, ich habe gar nichts verstanden, ne? Er hatte keinen Herzschmerz. No heartbreak. Heart strong. But if it's not in the camera, I did have a heartbreak. But when you're in front of the camera, I had a heartbreak. So cut the part out. Auf denen ich lach jetzt nur, weil er auch lacht. Ich weiß gar nicht, was er gerade gesagt hat. Mein Englisch ist wirklich broke. It's good. I'm trying. Somebody laughed about my English. They don't talk because they don't can and they... Die machen auf teuer, weißt du was, Flasche in den rein, oder nicht? I didn't understand. Yeah. Du meinst doch, du hast ein bisschen Liebeskummer gehabt. Ja. Wie hast du das wegbekommen? Keine Ahnung. Einfach mit der Zeit. Ja, es ist halt gegangen. Es ist einfach gegangen. Du hast darauf gehofft, dass ich eine Hofhase hatte oder so? Du hast drauf schon gehofft, was ich sage. Typisch Frauen legen mir irgendwelche Wörter in den Mund. Hast du irgendeinen Tipp für Liebeskummer? Das ist eigentlich die Kernaussage von dem Video. Gernst du Mama. Deine Mama hilft? Natürlich. Okay, warte, das ist dein Tipp. Aber ihr Tipp? Ich würde die ganzen Sachen von euch löschen. Also so die Bilder und so und die Nummer. Aber nicht blockieren, einfach nur löschen. Auf den blockieren nicht, falls er irgendwann mal wieder zurückkommt. Nein, aber so auf den. Wenn er zurückkommt, habt ihr den Gedanken, er will zurück. Aber ihr nehmt ihn nicht zurück. Stark? Weiß ich nicht. Doch, ein bisschen. Ihr entscheidet einfach. Wie findet ihr den Tipp gerade? So, hier drauf. Daumen, noch nicht atmen, noch nicht atmen, Bruder. Ja, du hast dich auf jeden Fall aufgenommen, Bro. Das bockt ehrlich totes, Bruder. Bruder, das bockt gerade behindert zu riechen wieder. Ich rieche wieder. Also zwischen 1 bis 10, wie gut ist das? Bruder, ich rieche leider zu viel, Bruder. Okay, du meinst, du hast auch einen Ex-Freund gehabt. Was ist erstmal der Grund gewesen, warum ihr euch getrennt habt? Erst mal auf Fremdgegangen. Jungs, was macht ihr denn, Digga? Könnt ihr das nicht vereinlichen, wenigstens? Also ein bisschen besser verstecken, Jungs. Wie hast du das herausgekommen, dass dein Freund dir auf Fremdgegangen ist? Du bist die beste Freundin. Ui, es wird richtig geiles Drama gerade. Du bist die beste Freundin. Nicht mit ihrem Freund anfangen, okay? Hattest du mit deinen Ex-Freunden so ein abschließendes Gespräch oder irgendwie sowas? Ja, mit meinem ersten Ex-Freund hatte ich ein abschließendes Gespräch. Mit meinem zweiten nicht. Ich würde sagen, das ist auch nicht zwingend notwendig. Wieso? Ja, weil manche Sachen... Du weißt, ich liebe Drama, ne? Ja, aber manche... Ich glaube, es geht langsam in richtig, richtig einem Drama. Ja, also ich finde manche Sachen, da muss man dann auch nicht mehr drüber sprechen. Die sind dann abgeschlossen. Und ja, dann ist ein zweites Gespräch, ein abschließendes Gespräch überflüssig, würde ich mal sagen. Das war richtig klingend, Leute, die Schwerle ist... Kurze Störungen, wir drehen eine kurze Umfrage für YouTube. Hast du noch Zeit, um das mitzumachen? Okay, danke dir trotzdem. Ciao, ciao. Willst du so ein Titel haben als Geschenk? Hier, damit ich dir wenigstens einmal kurz ein Video habe. Danke. Bisschen, haben dein Material auskosten. Die haben mich gescammt, offiziell. Die ist offen, Scheiße. Jungs, die haben mich offiziell gescammt. Ich habe mit ihr gut befreundet und dann waren wir alle zusammen draußen. Und sie hat schon die ganze Zeit so einen Kicker auf ihn gehabt. Was hat sie so gemacht? Also sie hat ein Auto gehabt. Er ist da mitgefahren, weil sie noch keinen Führerschein hatte. Und sie musste vorne sitzen, weil sonst wärt ihr ja schlecht. Ich musste hinten sitzen, mein Freund war am Fahren. Da haben sie ganz auf Russisch geredet und sie hat halt ganz so führerisch gelacht. Oh mein Gott, vor dir auf den. Vor mir, vor mir. Wirklich vor dir, weil du warst ja hinten. Ja, ich saß genau hinter ihr. Du hast alles gesehen, konntest alles sehen. Und sie hat sich nicht geschämt? Nein, weil sie hat halt ganz gesagt, ich kenne ihn noch nicht, ich kenne ihn noch nicht. Aber hat ihn so mit verwirrigen Augen angeguckt? Ja. Du fettst dich gerade gegen eine Biene, oder was? Nur mal. Dann haben wir uns aber so oft gestritten, dass wir es dann beendet haben. Jetzt, weil er damit nicht klarkommt, erzählt darum, dass ich ihm fremdgegangen bin. Ui. Aber er hat keine Beweise, ich hatte Beweise. Du hast Beweise, dass er fremgegangen ist? Ich hatte Beweise. Du hattest Beweise? Ich hatte Beweise. Was hast du mit den Beweisen gemacht? Ja, gelöscht, bevor es noch mehr Streit gibt. Meine Ausbildung ist mehr heilig. Richtig stabil. Oh, ich zitter nicht. Ehrlich jetzt? Bist du aufgeregt? Ja. Wegen dem Thema oder wegen der Kamera? Nein, das ist erst mal, als ich vor der Kamera stehe. Ehrlich jetzt? Ja. Aber ich finde, du machst es gerade voll souverän. Wenn jetzt draußen auf der Straße zum Beispiel jemand ist, wie sollte dich ein Mann ansprechen? Ich würde einfach sagen, erst mal vorstellen. So, hi, ich bin der und der. Und dann einfach sagen, weshalb man einen angesprochen hat. Und dann denke ich, ergibt sich das von ganz alleine. Aber nicht, weil es so komischen Flirt anmacht sprechen. Das ist ein richtiger Ik für mich. Das heutige Video dreht sich bei mir um das Thema Ex-Freund und Ex-Freundin und alles drum und dran. Bruder, bisher noch nie vorhin gehabt, Bruder. Auch noch nie verheiratet gewesen? Keine Kennern-Phase? Gar nicht, gar nicht. Gar nichts? Gar nicht, Bruder. Helal. Sowas von. Kannst du das den Leuten näher bringen? Findest du das positiv? Natürlich das positiv. Inwiefern? Naja, du konzentriert auf deine Ziele. Du hast andere Prioritäten. Das ist das Ding. Bei mir ist so, ich bin dann mehr so in Richtung Ausbildung, Studium, Sport gegangen. Und du hast einfach halt einen ganz anderen Fokus gehabt. Das ist es. Oder halt auch so Eltern glücklich machen. Weißt du so, man hat halt eine andere Prio gehabt, als irgendwie die ganze Zeit Frauen hinterher zu rennen. Weißt du, was ich meine? Ihr wisst, ich liebe ihn gerade, ne? Weil das Ding ist, ich habe so viele Kollegen, die Frauen hinterher laufen und deren Leben komplett vernachlässigen. Es gibt Kollegen Tag und Nacht, die denken an nichts anderes außer Frauen. Ist vom Ding her tomatisch, Bruder, finde ich. Okay, was dabei sagst du? Ja, ich habe halt die Chat-Forderung. Also sie hatte was mit einem Junge am Laufen, nebenbei. Sie hatte was mit, also deine Bestfreundin hatte was mit einem Jungen am Laufen? Genau, genau. Also deine Bestfreundin, Tala Ho. Ja. Dann hat sie was halt mit ihm zusammen gehabt und dann habe ich mich mit dem Junge zusammengetan, also der andere Junge. Dann hat er mir ganz stolz erzählt und gezeigt, dass sie ganz stolz gesagt hat, dass sie was mit meinem Exfreund seit vier Monaten am Laufen hat, von sieben Monaten Beziehung. Was? Ja. Mehr als die Hälfte deiner besten Freundin. Ja. Deine beste Freundin, also ist quasi mit deinem Freund Hälfte der Zeit mit zusammen was fremdgegangen. Ja. Toll. Genau, Dämon hat sie was mit sieben Typen, also läuft bei dir, falls du siehst. Schick mir ihre Nummer. Äh, was? Oh, nee, ehrlich. Spaß, Spaß, Spaß. Ich bin sowieso nicht einer. So diese... Was kannst du so für Tipps gegen Liebeskummer geben? Ja, mit den besten Freundinnen drüber sprechen. Erstmal, die können einem auch die besten Tipps geben. Die sehen das alles so ein bisschen objektiver. Ja, also ich würde sagen, auch von Anfang an auf die beste Freundin hören, wenn sie sagen, das ist kein Guter, dann... Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Nein, guck mal, diese Thematik, ne? Beste Freundin hat schon bei mir so oft so vieles zerstört, ne? Ich hatte mal eine Kellernfassung mit einem Mädchen und ihre beste Freundin wollte dann auch was von mir, hat mich angeschrieben. Ich habe ihr nicht geantwortet, keine Reaktion gezeigt und dann hat sie dafür gesorgt, dass wir keine Kellernfassung haben, also damit unsere Beziehung dann vorbei ist. Deswegen, hört nicht immer auf eure beste Freundin. Man denkt, beste Freundin ist gut, manchmal beste Freundin ist böse, egal was sie sagt. Also ich weiß jetzt schon, dass meine Stadt gegen mich jetzt schießen wird, weil die alle auf seiner Seite sind, weil er hat fettes Auto, alles Schleim, du weißt, wie es ist. Nein, leider nicht, ich habe kein fettes Auto. Und dann habe ich ihn geschrien, hat er es abgestritten und ab diesem Zeitpunkt hat er komischerweise erzählt, dass ich ihm fremdgegangen bin. Ah, er wollte die Spiegel umdrehen? Ja, dann hat sich meine Mami eingemischt. Deine Mutter hat sich eingemischt? Ey, es wird immer krasser und krasser gerade, ich schwörwolle, dieser Drama gerade ist zu nice. Sie sollte mir halt meine Sachen zurückgeben, hat sich nicht getraut, allein zu kommen, ist mit meinem Ex-Freund in sein Auto gekommen, also mit seinem Auto. Und dann hat sie Schiss gehabt und dann hat meine Mama, weil sie so sauer war, weil sie hat immer mehr Scheiße gebaut, hat meine Mama gesagt, sie soll mich in Ruhe lassen und hat sie geheult, hat geschrien und gesagt, die Polizei soll kommen, aber über Internet, sie haut mich kaputt, also Willkommen in Neumünster. Hast du irgendwelche Tipps für Leute, die Herzschmerz haben oder Liebeskummer haben? Do as the Germans do, just drink a lot of beer. If you drink a lot of beer, you'll be good. Drink a lot of beer in the morning and the evening and maybe when you're sleeping, drink some more beer. What's inside, brother? Das ist Wasser. Bruder, das ist safe kein Wasser drin gewesen. Safe. There was no water inside, brother. How do you know? No, I know this, I know this Geruch. Schmelt ein bisschen Fisch. It was very funny, it was a pleasure to meet you. Pleasure to meet you too. Yes, thank you. Seht ihr mein Englisch doch nicht so, bro, wie ich eigentlich, äh, 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 da scheiß drauf. I don't count German, Albanisch or English. Everywhere they think I'm stupid. What do I make, brother? Äh. Drink a lot of beer, brother. Come, we drink together. Exactly. Ich glaube, ich muss wirklich noch mal Münster und mit deinem Ex-Freund und Ex-Beste-Freundin reden. Schau mal vor, ich mache ein Video, ihr drei zusammen. Er versucht bis heute. Das wäre unnommal krank, sei ehrlich. Das wäre richtig krank. Wer ist vom Start, da musst du nur noch deine Ex-Beste-Freundin klären und dein Ex-Freund. Ihr habt die Möglichkeit. Guck mal, es wurde jetzt gerade gegen euch was geschossen. An der Stelle, ich will mir auch noch keine Meinung bilden, weil ich habe nicht deren Seite gehört, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Und ich bin mir sicher, dass die Zuschauer auch gerne eine Meinung haben will. Wenn die sich melden, dann machen wir ein krankes Video. Versprochen. Bro, meine Eltern sind hier aus Deutschland, sie sind hergekommen. Weißt du, guck mal, sie sind geflüchtet aus einem Land, sind hergekommen, mussten einfach ihr Land, ihre Kultur abgeben, also nicht Kultur abgeben, aber aufgeben. Also die mussten eine neue Sprache lernen, neues Umfeld, neue Kultur lernen. Die mussten alles neu lernen. Und dann haben die mehrere Jobs gehabt, um ihre Kinder großzuziehen. Und wer bin ich, wenn ich jetzt meine freie Zeit, so, ne, aber das ist, das ist das Ding, so, ich meine, unsere Eltern werden immer älter und kränker und wer weiß, wie lange sie noch zu leben haben. Der Bruder redet aus meiner Seele, Bruder. Deswegen lieber jetzt Gas geben und halt Sachen, also deswegen Sachen schaffen. Das meine ich, Bruder. Wäre dein Produkt scheiße, würde ich für diese Worte gut reden. Nehmt euch ein Beispiel daran, konzentriert dich auf eure Ziele, nehmt euch ein Beispiel an den Bruder, er hat gute Werte, denkt an eure guten Werte. Ich will jetzt nicht sagen, vernachlässigt die Frauen oder eure Freundin oder sowas, aber wird daran nicht verrückt. Du freust dich richtig daran, weil du denkst, die Wahrheit wird aufgelöst. Aufgedeckt, ne? Aber schauen wir mal Sachen über dich, werden aufgedeckt? Kann sie ja nicht. Ui. Also ich kann ja auch ein bisschen auspacken, dass sie in einem Monat was mit sieben Typen hatte. Ey, richtig lustig wäre, wenn diese sieben Jungs dann kommen würden, ne? Oh mein Gott. Ich erzähle ja keine Namen, deswegen kann mir ja niemand was. Einer ist im Knast und der schickt ihr die ganze Zeit Briefe in der Hoffnung, dass sie noch auf ihn wartet. Aber dabei sind noch die vier anderen und so. Was macht sie? Oh mein Gott, ein Statement von dir. Schreib mir einfach auf Insta und dann klären wir das. Ich freue mich. Du freust dich richtig, ne? Ja. Ey, ich habe richtig Bock, dass einer von euch weint. Möchtest du vielleicht jemandem grüßen, irgendwas sagen, irgendwas Nettes sagen? Ja, meine Schwester, die in Dortmund wohnt. Ich bin erst vor kurzem nach Hamburg gezogen. Ich bin grüße nach Dortmund. Du brauchst dich jetzt nicht blamieren, nur weil ich dich blamiert habe. Brauchst du dich nicht rausreden. Und ich grüße meine Mama und mein Opi. Willst du was einmal sagen? Ich bin auf eine neue Schule gewechselt. Ich hoffe, niemand sieht das auf der Schule, weil das ist so peinlich. Ich hoffe auch. Ist auch peinlich für mich. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch alle unterhalten. Ich hoffe, ihr konntet ab und zu mal lachen. Ich hoffe, ihr habt das auch alles mit Humor aufgenommen. Und ich hoffe, niemand hat sich auf jeden Fall irgendwie angegriffen gefühlt oder sonstiges. Wenn du bis jetzt gerade mit aufgepasst hast, dann schreib mal bitte in die Kommentare Fitna, Jon. Weil beim Schnitt habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr viel Fitna unbewusst gemacht habe. Ich wollte nicht so dollen Fitna machen. Und deswegen möchte ich noch einmal betonen und sagen, ich möchte mir mein eigenes Bild persönlich nochmal machen mit dem Ex-Freund und der Ex-besten Freundin. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ich warte auf eure Nachricht.